Ja, okay, Nils Hoogendorn, die erste. Früher, da habe ich immer gedacht, das ganze Thema Bikefitting, Fahrradergonomie, Vermessung und so weiter, das ist doch nur was für Radsportprofis. Wenn ich heute darüber spreche und ich mal so drei, vier Jahre zurückgucke, dann weiß ich, dass wir weit über tausend Fahrradfahrer und Fahrerinnen weitaus glücklicher gemacht haben durch genau diese Themen, also Vermessung, Fahrradergonomie und auch Bikefitting. Moin, ja, hier neben mir steht der Ergotec Scanner, den haben wir jetzt schon mehrere Jahre und eigentlich auch gar nicht mehr im Einsatz. Aber wieso steht er hier eigentlich? Damit ist es in Wirklichkeit so richtig losgegangen. Der Ursprung war eigentlich der, wir haben Fahrradsattel verkauft und haben die natürlich auch auf die Fahrräder drauf gebaut. Und dann kam immer mal so die Frage, ja, ich rutsche ein bisschen nach vorne, ich rutsche nach hinten, meine Hände schlafen ein, mein Nacken schmerzt und so weiter. Kannst du mal gucken? Ja, und aus mal eben gucken, das wurde dann ja auch immer mehr, also das Gucken dauerte dann oftmals länger als nur mal eben. Und ja, dann haben wir die Fahrräder eingestellt. Und daraufhin habe ich dann irgendwann gesagt, naja, wir experimentieren jetzt die ganze Zeit an irgendwelchen Fahrrädern, stellen das irgendwie ein und ermitteln die, ja, Grundeinstellung. Also Lenker angestellt, Probefahrt gemacht, nee, noch einen Zentimeter höher, noch mal Probefahrt, einen Zentimeter tiefer und so weiter. Und das jedes Mal. Und es kam immer mehr, also es hat sich gut rumgesprochen. Mensch, wenn du nicht richtig auf deinem Fahrrad sitzen kannst, fahr mal zu Hugendorn, der hat den richtigen Sattel und der stellt dir das auch ein. Und dann habe ich gedacht, da muss eine Lösung her, weil dieses Einstellen und Probieren, das ist nur ein Zufallsprinzip und eine Glückssache, ob es denn beim nächsten Mal passt. Und dann habe ich gesagt, also was heißt gesagt? Dann bin ich über eine Fahrradmesse gegangen für Fahrradhändler. Ja gut, das kann mal passieren. Es sind, glaube ich, alle wach, alle, die bis jetzt gerade eingeschlafen sind, sind wieder auf. Aber, so siehst du auch, dieses Video ist wieder mal hundertprozentig live. Auf jeden Fall, ich bin über eine Fahrradmesse gegangen und habe die Firma Ergotech kennengelernt mit ihrem Ergotech-Scanner. Ich kannte vorher schon die Produkte, die Ergotech anbietet, wie Lenker, Vorbauten und so weiter. Aber sie hatten auch dieses tolle Gerät dabei und ich habe mir das dann mal erklären lassen, wie funktioniert es überhaupt. Das habe ich für Möglichkeiten und habe dann gesehen, ich kann ganz einfach den Lenker tauschen, hoch und runter fahren. Ich baue da jetzt auch mal einen anderen Lenker drauf, weil ich habe ja hier vier verschiedene Lenker zur Auswahl. Weil vielleicht kannst du dir das vorstellen, wenn du dir ein Fahrrad kaufst, dann ist irgendein Lenker verbaut und du sagst vielleicht, ja der Lenker gefällt mir noch nicht so ganz, ja was ist denn, ja meine Handgelenke knicken ab. Okay, welchen Lenker wollen wir denn nehmen? Und dann wird irgendeiner ausgesucht, der wird dann erstmal drauf gebaut und das ist ja ein gewisser Aufwand. Und ich habe mir gedacht, diesen Aufwand kann man auch verkürzen, indem man einfach so eine Art Trockensprung macht und einfach mal den Lenker tauscht und das Ganze, diese Sitzposition einfach simuliert. Das ist der Hintergedanke dabei. So, du hast gesehen, ich kann ganz einfach den Lenker tauschen. Das gleiche ist auch, ich gehe mal zum Sattel, hier mit dem Sattel. Ich habe hier einen Hebel, kann ganz einfach den Sattel austauschen und auch einen anderen drauf bauen. So, und wenn dann gesagt wird, nee, der Lenker ist mir zu weit weg, schiebe ich den Stückchen ran. Das gleiche kann ich auch mit dem Sattel machen. Also ich kann das hier einstellen. Diese Einstellung hat aber noch einen anderen Hintergrund. Kommen wir gleich nochmal dazu. Wichtig ist natürlich auch, ich muss die richtige Sitzhöhe ermitteln. Das funktioniert dann hier. Und dann hast du hier hinten schon gesehen, da ist ein, wie nennt man das, wie soll ich das nennen? Naja, eine Knie-Lot, könnte man dazu sagen. Also ich habe hier so ein typisches Band mit einem Gewicht unten dran. Und das gleiche wäre auch hier, diese Funktion. Ich kann das verschieben und kann dann hier an der Kamera genau erkennen, ob das Knie die richtige Position zur Pedale hat. Und somit, wenn du dann Fahrrad fährst, hast du einen deutlich runderen Tritt. Und dafür ist dann die Einstellung vom Sattelversatz. Und jetzt möchtest du bestimmt wissen, ja, 3D, 360 Grad Bodyscan, wie sieht das denn aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Und ja, ich habe da natürlich was vorbereitet. Ich habe noch ein Scan-Bild von mir. Das können wir uns mal einmal angucken, damit du so ungefähr eine Vorstellung hast, was dir hier passiert bei Zweirad-Hogendorn, wenn du einen Termin zur Fahrradberatung buchst. So, und jetzt siehst du hier ein 3D, 360 Grad Bodyscan von mir. Da haben wir ein paar Messlinien, damit wir wirklich erkennen, okay, wie gerade steht die Person gerade, die ausgemessen wurde. Und man sieht das hier bei mir. Hier sind die Daumen, die liegen eigentlich auf dem Beckenkamm. Vielleicht stehe ich ein bisschen schief. Das kann auch gut sein. Da sieht man schon ganz deutlich, da bin ich genau auf dem Daumen, hier bin ich drunter, ob man das vielleicht berücksichtigen muss beim Fahrradkauf. Ich habe da jetzt keine Einschränkungen, großartig. Aber gut, da gehen wir auf jeden Fall drauf ein. Genau, vielleicht kannst du das Bild mal einmal drehen, sodass man sich vorstellen kann, was passiert bei so einem Scan. Wirklich ein astreines Bild. Und falls du dich jetzt fragst, okay, jetzt haben die da gemessen, das ist ja komplett berührungslos. Wahrscheinlich, naja, wer weiß, hat er sich bar angezogen oder muss ich mich dafür ausziehen? Und ja, die Frage, die nehme ich natürlich auch vorweg. Das funktioniert alles mit ganz normaler Bekleidung und hier braucht sich keiner ausziehen. Wichtig ist, dass es nicht die weiteste Kleidung ist oder mit einem Kleidchen wird es nicht funktionieren. Aber genau, das ist das. Vielleicht denkst du jetzt, okay, aber am Ergotech-Scanner, da haben die die Lenkerform und auch den Sattel ermittelt. Wie funktioniert das denn jetzt hier beim Body-Scanning? Und das kann ich dir auch sagen. Du siehst nämlich hier ein Messbild von unserem Popometer. Das heißt wirklich so, das ist das Popometer. Und das hier sind meine beiden Sitzknochen. Und da wird dann der Abstand gemessen zwischen den Sitzknochen. Und wenn ich jetzt hier gucke, 10,8 cm Sitzknochenabstand. Und somit können wir dann nachher auch, je nach Sitzposition, ob du jetzt eher aufrecht oder sportlich auf deinem Fahrrad sitzen willst, die richtige Sattelbreite ermitteln. Beim Lenker haben wir ja auch drüber gesprochen. Beim Ergotech-Scanner, den können wir da ganz einfach tauschen und ausprobieren, welche Griffe oder welche Lenkerform soll es sein. Damit das hier beim Body-Scanning einwandfrei funktioniert, messen wir auch nochmal die Handgröße und lassen das mit in unsere Berechnung einfließen. Wir können noch einmal ganz kurz auf die Messdaten eingehen. Man sieht zum Beispiel meine Körpergröße 1,92,29. Also du siehst schon, der Scanner misst wirklich zwei Stellen hinter dem Komma. Und ja, Funktionsgröße daher, weil wir jede Vermessung mit Schuhen machen, weil darauf kommt es natürlich auch an. Du fährst ja auch nicht barfuß mit deinem Fahrrad. Ah, das heißt, du hast jetzt hier 8 cm hohe Absätze angehabt. Genau. Alles klar. Ja, perfekt. Diese Messdaten bekommst du nach der Vermessung natürlich auch per E-Mail zugeschickt. Ja, jetzt hast du meine Körpermessdaten gesehen, aber wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Fahrrad? Weil mit 1,92 Körpergröße weiß ich ja noch nicht, wie weit muss der Lenker weg sein oder was für einen Sattelversatz habe ich oder auch die Sitzhöhe. Und hatte ich ja eingangs erzählt, wir gehen noch ein paar Fragen durch, sodass wir genau wissen, welche Radart soll es sein. Und wie möchtest du überhaupt sitzen, dass wir das wirklich ermitteln. Und dann errechnet das System wirklich die Einstellung. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal kurz an. Und jetzt siehst du hier schon mal ein Fahrrad. Das ist ein Beispielbild. Ich habe mich jetzt auf Trekking Thuring eingeschossen. Und neben dem Fahrrad siehst du hier schon verschiedene Messdaten. Und die werden dann auf dein bestehendes Fahrrad oder halt, wenn du ein neues Fahrrad kaufen möchtest, wird geguckt, welches Fahrrad oder zu welchem Fahrrad passen diese Einstelldaten. So, und dann werden diese Messdaten übertragen. Und dann machst du ganz in Ruhe eine Probefahrt. So, ich habe die Kamera nochmal eben angestellt. Also so schnell kommst du jetzt hier nicht weg. Ich habe gut aufgepasst. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, das Ding ist so perfekt, das ist so genau. Und wenn der Body Scan die Daten, wenn die so toll sind und genau sind, warum noch eine Probefahrt? Ja, das stimmt. Es geht tatsächlich ohne Probefahrt. Wir haben hier eine sehr große Trefferquote. Größte Voraussetzung ist dafür wirklich, dass das Scanbild richtig gemacht wird. Dass wirklich der Daumen oben auf dem Beckenkamm liegt. Das ist Grundvoraussetzung dafür. Dann kriegen wir wirklich perfekte Zahlen. Und wenn wir die dann übertragen und das ist exakt das Fahrrad, was sich unser Kunde wünscht. Und der fährt dann drauf, macht eine Probefahrt. Ich würde sagen, die kommen alle mit einem großen Lächeln von der Probefahrt zurück. Und sind begeistert und sagen auch wirklich, Mensch, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Das passt, das ist perfekt. Ja, jetzt hast du mal gesehen, wie hier die Fahrradberatung mit dem Bodyscanning funktioniert. Mal gucken, was da passiert. Ich habe nur gesehen, das Licht ändert sich. Das ist natürlich, ja, das ist ja echt. Genau. Und ja, jetzt weißt du auch oder kannst dir sicherlich viel besser vorstellen, warum wir die Fahrradberatung nur auf Termin machen. Weil so können wir uns wirklich maximal auf dich und deine Wünsche einstellen und auch natürlich darauf eingehen, sodass du nachher ein Fahrrad bekommst, das wirklich, wie du gesehen hast, maßgeschneidert und perfekt zu dir passt und du wirklich maximalen Fahrspaß genießen kannst. Und einen Termin kannst du ganz einfach buchen. Hier unter dem Video findest du den Link zum Termin-Tool und ja, wir freuen uns jetzt schon auf dich. Bis dann.